Aus dem Schornstein kommt schwarzer Rauch. Die Kacheln sind schön. Die Kacheln sind schön. Sie kommen mit dem Zug. Sie kommen mit dem Zug. Sie kommen mit dem Zug. Die Mauer fiel. Die Mauer fiel. Die Mauer fiel. Gibt es eine Garage? Gibt es eine Garage? Gibt es eine Garage? Das ist der Herd. Das ist der Herd. Gibt es eine Geschirrspülmaschine? Gibt es eine Geschirrspülmaschine? Gibt es eine Geschirrspülmaschine? Ist das Spülbecken neu? Ist das Spülbecken neu? Ist das Spülbecken neu? Regenrinnen kleben statt löten. Regenrinnen kleben statt löten. Regenrinnen kleben statt löten. Regenrinnen kleben statt löten. Der Rasenmäher ist im Gartenhaus. Der Rasenmäher ist im Gartenhaus. Der Rasenmäher ist im Gartenhaus. Früher wurde das Laub mit einem Rechen entfernt. Früher wurde das Laub mit einem Rechen entfernt. Der Gärtner kommt einmal in der Woche. Der Gärtner kommt einmal in der Woche. Können Sie bitte den Rasen mähen? 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 Der Garten muss gegossen werden. Der Garten muss gegossen werden. Ist dieser Hund gutartig? Ist dieser Hund gutartig? Ist dieser Hund gutartig? Kann ich meinen Hund mitbringen? 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 Ich habe Angst vor Katzen. Ich habe Angst vor Katzen. Ich habe Angst vor Katzen. ich habe Angst vor, kurz longing ist mitbringen. Mein Hund beißt nicht. Mein Hund beißt nicht. Mein Hund beißt nicht. Diese Katze hat Flöhe. Diese Katze hat Flöhe. Ich habe Angst vor Hunden. Keine Angst, er ist gutartig. Können Sie das Badezimmer putzen? Können Sie das Badezimmer putzen? Können Sie den Boiler reparieren? Können Sie den Boiler reparieren? Kennen Sie einen guten Elektriker? Kennen Sie einen guten Elektriker? Kennen Sie einen guten Elektriker? Ihr Tor ist kaputt. Kennen Sie einen guten Handwerker? Kennen Sie einen guten Handwerker? Kennen Sie einen guten Handwerker? Wann kann ich kommen? Wann kann ich kommen? Wann kann ich kommen? Die Putzfrau kommt jeden Montag. Die Putzfrau kommt jeden Montag. Die Putzfrau kommt jeden Montag. Bitte setzen Sie sich! Bitte setzen Sie sich! Diesen Blumenkasten kann man hinreißend bepflanzen. Diesen Blumenkasten kann man hinreißend bepflanzen. Diesen Blumenkasten kann man hinreißend bepflanzen. Diesen Blumenkasten kann man hinreißend bepflanzen.